Viele Geschichten beginnen am Anfang. Unsere beginnt hier. Was zur... Niemand wusste, was zuerst da war. Die Hybriden oder das Virus. Und diese Frage wurde zum größten Rätsel unserer Zeit. Dies ist die Geschichte eines ganz besonderen Jungen. Eines Jungen, der auch bekannt ist als Sweet Tooth. Es gibt immer noch einige böse Leute da draußen. Sie mochten euch nicht, weil ihr anders wart. Es geht jetzt nicht mehr um dich und mich. Du musst jetzt mutig sein. Die Hybriden oder die Schenke bei der Welt ein? Glockenhafte Musik Glockenhafte Musik Im Gerät Vielen Dank.